Neumama Mariella de Aurea schwärmt ihren Zwillingen Mariella de Aurea ist stolze Mama. Die Kellnerin wurde vor allem durch die Show First Days bekannt. Im Mai verkündete sie, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Christian Zwillinge erwartet und deswegen eine TV-Pause einlegen wird. Nun sind ihre Babys auf der Welt und sie gewöhnt sich an den neuen Alltag, Promi Flash berichtet Mariella jetzt. Wie sich ihr Leben seit der Geburt verändert hat. Gerade die Anfangszeit war hart für die frisch gebackene Mama, denn die Zwillinge sind sechs Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Mittlerweile fühlt sich Mariella in ihrer Mama-Rolle aber pudelwohl, es ist unbeschreiblich. Ich habe das Gefühl, ich hätte nie was anderes gemacht und kann mir das Leben gar nicht mehr ohne die beiden vorstellen. Betont sie im Interview mit Promi Flash und fügt hinzu, dass ich quasi alles geändert habe. Mein Leben dreht sich gerade wirklich nur noch um die zwei Mäuse. Es ist natürlich auch sehr zeitintensiv. Sich um zwei Babys zu kümmern, von daher bleibt aktuell auch wenig Zeit für anderes. Führt Mariella weiter aus. Wie ihre Kinder heißen, will sie allerdings weiterhin für sich behalten.